Pavel wird ziemlich sicher gehängt. Wer weiß, was mit mir passiert wäre, wenn er mich nicht befreit hätte. Rot, blau, gelb. Welchen Unterschied macht das schon? Er hat sein Leben für mich riskiert. So etwas erlebt man in der Metro sonst nicht. Ich kann ihn nicht einfach im Stich lassen. Artyom! Scheisse! Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. Du bist ein echter Kamerad. Ich stehe für immer an deiner Schuld. Jetzt bring mich von hier weg, dann führe ich dich in Nullkommanichts nach Hause. Scheisse! Die kommen meinetwegen! Bringe mich zur Schlinge! Viel Glück, mein Freund. Du bist jetzt meine einzige Hoffnung. Na los, schwing deinen Hintern hier raus, du verdammte Kommunistenratte! Der wurde nach seiner Geburt aufgegeben. Wenn dein Bruder also als Krieg begonnen hat, und deine Mutter normal zu sein scheint, dann weißt du ja, was das bedeutet. Was? Dass du entweder auch ein Krieg bist, oder deine Mutter eine Note ist. Komm schon, sag, meine Mutter ist deine Note. Sag schon, du stückst du, schwingst es. Ansonsten bist du ein Frick, wenn deine Mutter Frickst zur Welt bringt. Herr, ich Narr, man wird anpassen, wie sie eine Note ist. Gott, Mann macht sich das nicht ins Bewusstsein. Meine Mutter ist eine Note! Was? Na also, Ghetto! Und da sie eine Nutte ist, sage doch Bescheid, dass ich sie besuchen komme! Und sei vorsichtig, was du über meine Kinder sagst, du Miststück! Sonst werden deine Brüder und Schwestern die nächsten sein! Moment, hörtet ihr noch nicht? Wenn ich muss gerade mal sehen können, warte, es wird sie wieder sein. Jetzt weiß ich, dass du verrückt bist. Wenn du hier bist, passt niemand auf dein Lager auf. Na und? Ich habe den einzigen Schlüssel! Du könntest mir wenigstens sagen, was da drin ist. Immer diese Geheimnisse. Wir brauchen mehr Geheimnisse. Und ich habe euch doch gesagt, ihr hättet diesen Krabbenhackern nicht ins Lager schicken sollen. Er war nützlich, auch wenn er ein Frick war. Wenn wir die Scheiße aus der Hand herausbringen, dann haben wir die Scheiße aus der Hand. Was ist das? Es scheint so. Also, die Heimat. Oder lande raus in das Geheimnis. Das ist die Verdunung! Das ist die Verdunung! Wahrscheinlich, dass wir die Scheiße aus dem Lager mehr haben. Ich weiß doch so wenig Patronen. Aber wenn die Kommunisten angreifen, womit sollen wir sie dann bekämpfen? Alle Mann aufpassen! Anwesenheitsabwehr! Fast, nehmt da noch jemand? Scheiße! Die gehen mir langsam auf die Nerven. Sprichst du mit ihnen? Von wegen! Ich bin letztes Mal gegangen! Schon gut, schon gut! Keine große Sache! Ich geh selbst! Was? Hey, was soll ich denn? Scheint so als... Verder! Achtung! Halsen Sie Ihren Stellung! Verstärkung ist unterwegs! Achtung! Wir haben Gesellschaft! Verdammte Scheiße! Von wo? Woher soll ich das wissen? Pass du raus! Verwenden! Verwenden! Gehe! Nehme! Not die Performance! Verwenden! 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 Vor allem! Untertitelung. BR 2018 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. UNTERTITELUNG Untertitelung des ZDF, 2020 Der Mann, der Mann, der Mann! Verstehen! Ah, blieb ich! Der Mann, der Mann, der Mann! Das tut mir! Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und komm heraus! Nicht schießen! Und komm! Wacht auf, verdammt, es ist er ehrt, ich stehe jetzt mal noch zu und zwingt, das blieb, wie klugt ihm, im Namen des großen Reichs, wirken der kommunistische Ärger, der in verbotenen Bereich festgenommen wurde, zum Tode durchherhängen, Verurteid. Fick Deutsch, Turc, tot den Faschisten. Können Sie mit dem Vater kommen, dem Leben der Freis. Tja, das ist so, scheiße, das ist Turk. Weg von hier, das licht ja in zweites Stalingrad. Tja, XXX. Untertitelung des ZDF, 2020